Heute zeige ich euch wieder einen einzigartigen Gratis-Wandertipp in der Schweiz. Nämlich den Moor- und Barfusserlebnis-Pfad in Gonten im Apicell. Hier hat es einen sogenannten Fühlpfad, wo man auf dieser ganzen Strecke über verschiedene Untergründe seine Füsse auf Probe stellen kann. Lavagestein, au, au, und da laufen wir sogar auf Kohleleute. Hier unten hat es einen Wassertrettpfad, wo man durchs schön kühle Wasser von diesem Bach durchlaufen kann. Und während dieser ganzen 5km Wanderung von Jakobsbad nach Gonten ist der ganze Weg dafür gemacht, dass man alles barfuss laufen kann. Und wenn ihr von der Wanderung dreckige Füsse habt, dann hat es auch hier eine solche Bürste. Nachdem ihr barfuss durch Gonten durchlaufen seid, könnt ihr hier bei der Fusswäsche wieder schön eure Füsse erfrischen. Oh! Seht ihr Leute, wie tief wir hier im Moor drin wartet? In knietiefen Moorweg? Gruselig! Im warmen Schlamm, Leute, für etwa 30m Länge. Nach diesem Schlammbad könnt ihr eure nassen und dreckigen Füsse einfach schön hier drin in diesem kühlen Boot abwaschen.